Im Wachstumschancengesetz hat sich eine Maßnahme versteckt, die gab es ewig lang nicht mehr. Und dann gab es sie während Corona. Und jetzt gibt es sie wieder, für ein paar Monate zumindest. Und zwar die degressive Abschreibung. Und in diesem Video wollen wir uns mal genauer anschauen, was eigentlich die degressive Abschreibung ist und was sie so kann. Also wann und wie kannst du eigentlich von dieser degressiven Abschreibung profitieren. Und bevor wir das besprechen, erstmal die Unterscheidung zwischen Absetzen und Abschreiben. Wenn du etwas für deine Selbstständigkeit kaufst und es liegt unter einer bestimmten Grenze, genauer gesagt 800 Euro netto, also 952 Euro brutto, dann kannst du diese Kosten sofort in der Buchhaltung als Aufwand berücksichtigen. Beispielsweise kaufst du dir einen Bürostuhl für 799 Euro. Diese 799 Euro kannst du zum Zeitpunkt der Anschaffung, also genau an diesem Tag, in voller Höhe von der Steuer absetzen. Das heißt, diese Anschaffung reduziert deinen Gewinn und damit auch deine Steuerlast. Das Ganze geht aber nur bis 800 Euro netto. Für alle Anschaffungen, die darüber liegen, musst du die Anschaffungskosten über mehrere Jahre aufteilen. Du musst sie abschreiben. Wenn du beispielsweise ein Auto kaufst für 60.000 Euro, kannst du diese 60.000 Euro nicht im Jahr oder im Moment der Anschaffung vollständig von der Steuer absetzen. Du benutzt dieses Auto ja auch, voraussichtlich zumindest über mehrere Monate und mehrere Jahre. Und der Gesetzgeber sagt dann, okay, diese Kosten musst du also über diese Nutzungsdauer verteilen. Das ist die sogenannte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Das heißt, du kannst bei allen Abschreibungen einfach in so AFA-Tabellen, das heißt Absetzung für Abnutzung, kannst du einfach nachschauen, wie lange du diese Anschaffungen abschreiben musst. Also wie lange du diese Kosten aufteilen musst. Und normalerweise teilt man diese Kosten dann gleichmäßig auf. Also ich kaufe ein Auto für 60.000 Euro, ein Auto muss ich über 6 Jahre abschreiben, also rechne ich 60.000 durch 6 sind 10.000 Euro. Und dann kann ich 10.000 Euro pro Jahr von der Steuer absetzen. Also als Abschreibung in meiner Buchhaltung als Betriebsausgabe berücksichtigen. Und das ist die lineare Abschreibung. Lineare Abschreibung heißt, die Abschreibungsbeträge sind in jedem Jahr identisch. Das Problem an dieser linearen Abschreibung ist, sie entspricht nicht wirklich der Realität. Wenn ich ein Auto kaufe für 60.000 Euro und das ist ein Neuwagen und mich da reinsetze im Autohaus und damit losfahre und den Straßenverkehr betrete, dann hat das innerhalb der ersten Stunde wahrscheinlich schon 5.000 bis 10.000 Euro an Wert verloren. Und wenn ich dieses Auto dann 5 Jahre benutze und dennoch ein Jahr länger benutze, dann verliert es in dem letzten Jahr viel, viel weniger an Wert als in den ersten 2, 3, 4 Stunden. Das heißt, der Wertverlust ist am Anfang viel größer als am Ende. Und so ist das ehrlicherweise bei fast allen Anschaffungen. Und die degressive Abschreibung, also die Abschreibung, die jetzt gerade temporär wieder eingeführt wurde, versucht das Ganze so ein bisschen zu imitieren. Denn bei der degressiven Abschreibung kannst du am Anfang mehr abschreiben als in den letzten Jahren. Das heißt, die Abschreibungsbeträge, die werden von Jahr zu Jahr geringer. Und wie ich schon gesagt habe, das war ganz früher irgendwann mal möglich. Dann war es während Corona möglich. Und dann ging das wieder eine Weile nicht. Und jetzt im Wachstumschancengesetz stand wieder drin, dass die degressive Abschreibung wiederverwendet werden darf für Anschaffungen zwischen dem 1. April 2024 und dem 31. Dezember 2024. Das heißt, ganze 9 Monate kannst du jetzt die degressive Abschreibung für deine Investitionen verwenden. Und das kann unter bestimmten Voraussetzungen tatsächlich auch sinnvoll sein. Es gibt aber zwei Bedingungen, die die degressive Abschreibung erfüllen muss. Und zwar, erstens darf der Abschreibungsbetrag nicht mehr als das Doppelte des linearen Abschreibungsbetrags betragen. Also wenn ich ein Auto kaufe für 60.000 Euro, dann teile ich ja die Anschaffungskosten von 60.000 Euro auf 6 Jahre auf. Das sind nach der linearen Abschreibung 10.000 Euro. Im ersten Jahr, im zweiten und im dritten, also in jedem Jahr. Und die degressive Abschreibung im ersten Jahr darf dann nicht über dem Doppelten liegen, also nicht mehr als 20.000 Euro betragen. Aber es gibt noch eine zweite Voraussetzung. Und zwar darf der Abschreibungsbetrag nicht mehr als 20% betragen. Und das bedeutet dann, bei einem 60.000 Euro Auto, dass die Abschreibung im ersten Jahr nicht mehr als das Doppelte der linearen Abschreibung betragen darf, also nicht mehr als 20.000 Euro, aber auch nicht mehr sein darf als 20% der Anschaffungskosten. Und 20% von den 60.000 Euro Anschaffungskosten sind 12.000 Euro. Das führt dann dazu, dass ich nach der degressiven Abschreibung im ersten Jahr 12.000 Euro von der Steuer absetzen kann und nach der linearen Abschreibung halt dann ein Sechstel von 60.000, also 10.000 Euro. Das heißt, mit der degressiven Abschreibung kann ich in diesem Beispiel im Jahr der Anschaffung 2.000 Euro mehr von der Steuer absetzen, die ich dann halt weniger versteuern muss. Und je nachdem, wie hoch der persönliche Steuersatz ist, kannst du dann entsprechend Steuern sparen. Also wenn dein persönlicher Steuersatz bei 40% liegt, dann kannst du mit 2.000 Euro mehr Betriebsausgaben, ja, 2.000 Euro mal 40%, 800 Euro Steuern sparen. Das ist der steuerliche Effekt durch die jetzt kurzfristig wieder eingeführte degressive Abschreibung. Und die schlauen Leute unter euch werden jetzt ein großes Fragezeichen im Gesicht haben. Und zwar, wenn ich jetzt 6 Jahre lang immer 20% von dem Anschaffungskosten beziehungsweise von dem aktuellen Restbuchwert abschreibe, dann komme ich ja nie auf 0 Euro. Das heißt, dieses Auto ist ja nie abgeschrieben. Weil ja der Vorjahreswert immer mehr sinkt und dadurch sinken ja auch immer mehr die 20%. Das bedeutet, bei der degressiven Abschreibung muss irgendwann der Wechsel stattfinden von der degressiven Abschreibung auf die lineare Abschreibung, weil du sonst ja nie auf 0 Euro kommst. Und tatsächlich löst du dieses Problem, indem du die Abschreibungsmethode irgendwann wechselst. Und zwar von der degressiven auf die lineare Abschreibung. Das heißt, von degressiv auf linear darfst du wechseln. Andersrum darfst du allerdings nicht wechseln. Also wenn du jetzt ein Wirtschaftsgut hast, was du im letzten Jahr angeschafft hast, dann kannst du jetzt nicht, weil es jetzt gerade möglich ist, wieder zu degressiven Abschreibungen wechseln. Das geht nicht. Das heißt, dieser Wechsel ist eine Einbahnstraße. Und damit das klarer wird, blende ich einfach mal ein Beispiel ein. Und zwar bleibe ich bei meinem Beispiel. Ich kaufe ein Auto für 60.000 Euro und im Jahr der Anschaffung ist es halt 60.000 Euro wert. Bei der linearen Abschreibung teile ich dann die 60.000 Euro auf 6 Jahre auf. Das heißt, jedes Jahr verliert mein Auto einfach in der Buchhaltung zumindest 10.000 Euro an Wert. Also 50.000, 40.000, 30.000, 10.000, 0 Euro. Bei der degressiven Abschreibung schreibe ich erstmal 20% ab. Das heißt, 20% von 60.000 sind 12.000 Euro. Das heißt, von den 60.000 Euro schreibe ich 12.000 Euro ab. Und der Restbuchwert ist 48.000 Euro. Und im nächsten Jahr nehme ich wieder 20%. Und jetzt nehme ich natürlich nicht die 20% von den Anschaffungskosten, sondern die 20% von dem aktuellen Buchwert. Und der aktuelle Buchwert liegt jetzt ja bei 60.000 minus 12.000 bei 48.000 Euro. Und 20% von 48.000 Euro sind 9.600 Euro. Allerdings wäre, wenn ich jetzt zu diesem Zeitpunkt, also im zweiten Jahr, die Abschreibungsmethodik wechseln würde auf die lineare Abschreibung, dann würde ich nämlich den Restbuchwert nehmen, die 48.000 Euro, durch die verbleibende Nutzungsdauer 5 Jahre, dann hätte ich auch 20%. Das heißt, im zweiten Jahr ist tatsächlich der Abschreibungsbetrag für die degressive Abschreibung und der Abschreibungsbetrag für die lineare Abschreibung schon komplett identisch. Ich schreibe hier auf jeden Fall 9.600 Euro ab. Das heißt, 48.000 Euro minus 9.600 Euro sind dann am Ende des zweiten Jahres 38.400 Euro Restbuchwert. Und jetzt ergibt die lineare Abschreibung keinen Sinn mehr. Denn wenn ich 20%, also die degressive Abschreibung, von 38.400 Euro nehmen würde, wäre der Abschreibungsbetrag kleiner, als wenn ich jetzt ganz normal mit der linearen Abschreibung weitermachen würde. Und deswegen wechsle ich hier an dieser Stelle, also im zweiten, beziehungsweise im dritten Jahr, von der degressiven Abschreibung auf die lineare Abschreibung und schreibe weiterhin mit 9.600 Euro im Jahr ab. Und deswegen sind jetzt die folgenden Restbuchwerte 28.800 Euro, 19.200 Euro, 9.600 Euro und 0 Euro. Das heißt, wir sehen hier an dieser Stelle, die degressive Abschreibung führt schon dazu, dass ich Anschaffungskosten schneller in der Buchhaltung berücksichtigen kann. Das heißt, ich habe schneller höhere Betriebsausgaben und kann dadurch früher diese Kosten absetzen und dadurch steuerlich wirksam machen. Aber es gibt zwei Dinge, die du hier in diesem Kontext nicht vergessen solltest. Erstens, weil die degressive Abschreibung gedeckelt ist auf 20%, ergibt diese degressive Abschreibung nur dann Sinn, wenn die Abschreibungsdauer für das Wirtschaftsgut länger ist als fünf Jahre. Weil ist die Nutzungsdauer weniger als fünf Jahre, dann ist die lineare Abschreibung schon über 20% und deswegen macht die degressive Abschreibung nur bei Investitionen Sinn, wo du tatsächlich eine lange Nutzungsdauer hast. Und der zweite Hinweis, den ich an dieser Stelle unbedingt anbringen möchte, ist, du sparst natürlich nicht effektiv an Steuern, sondern du ziehst die Kosten zeitlich weiter nach vorne. Und das Ganze kann tatsächlich sogar dazu führen, dass du, wenn du die Gesamtperiode betrachtest, also die gesamte Abschreibungsdauer betrachtest, dass du unterm Strich sogar mehr Steuern bezahlst. Weil du zwar in den ersten Jahren mehr Betriebsausgaben hast, aber weil du, ja, ich würde mal sagen, die Substanz dieser Anschaffung in den ersten Jahren schon schneller abgeschrieben hast, schreibst du sie halt später weniger ab. Das heißt, du hast später weniger Betriebsausgaben und kannst entsprechend diese Betriebsausgaben später auch im geringeren Umfang steuerlich wirksam machen und zahlst dann halt in den späteren Jahren einfach das mehr an Steuern, was du, ja, in den Jahren davor halt gespart hast. Und wenn du dann in den späteren Jahren einen höheren individuellen Steuersatz hast, dann war das Ganze sogar ein Eigentor, weil du dann unterm Strich tatsächlich auch mehr Steuern bezahlst. Das bedeutet insgesamt also, die degressive Abschreibung ist für dich eine Möglichkeit, gestaltend tätig zu werden und auch Steuern zu sparen. Das Ganze solltest du jetzt allerdings nicht blind machen, sondern du musst das Ganze schon ein bisschen durchplanen und für dich durchkalkulieren, ob das Ganze für dich auch Sinn ergibt. Übrigens an dieser Stelle noch ein ganz wichtiger Hinweis, weil ich weiß, dass in diesem Kontext diese Frage ganz häufig auftaucht, ist, du schreibst natürlich als Vorsteuerabzugsberechtigter Unternehmer den Nettobetrag ab. Das heißt, die Umsatzsteuer kannst du im Moment der Anschaffung gelten machen. Also in dem Monat, in dem Quartal oder im Jahr der Anschaffung kannst du dir das sofort gelten machen. Das heißt, die Umsatzsteuer musst du nicht mit abschreiben. Außer du bist Kleinunternehmer oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht Vorsteuerabzugsberechtigt. Dann machst du die Vorsteuerbeträge ja sowieso nicht geltend und dann ist dein Anschaffungsbetrag einfach der Bruttobetrag. Das heißt, dann ist die Grundlage, die Basis für deine Abschreibung der Bruttobetrag. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich deine dringendsten Fragen beantworten. Wenn noch irgendwelche offen sein sollten oder ich habe neue Fragen verursacht, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, schön und gut, Abschreibung, Buchhaltung, alles fein, aber wie mache ich denn meine Buchhaltung? Dann schau unbedingt mal in der Videobeschreibung vorbei, da habe ich einige Empfehlungen verlinkt. Zum Beispiel für Buchhaltungsprogramme oder für Bankkonten oder Tipps für den Steuerberater. Du findest alles unten in der Videobeschreibung, ich verlinke es dir aber auch gerne noch einmal hier oder du schaust jetzt erstmal direkt zur Entspannung ein paar andere Videos von uns. Wir haben da hunderte Videos veröffentlicht, zum Beispiel das hier oder das hier.